Ich muss dann nur mal gleich kurz aufstehen, mein Kaffeewasser ist fertig. Ja, es kann sein, dass ich kurz mal ganz kurz, wenn es klingelt, mal eben schnell mein Essen in Empfang nehmen muss, aber das ist kein Problem. Okay, ihr merkt schon, der Facepalm wird hier amtlich. So, ich starte mal, ich drück mal rein und wir müssen die Transporte zurückerobern. Ich hoffe, das klappt. Und hier habe ich etwas. So, mal sehen, ob die Odin hier was reißen kann. Sie hat zumindest ein abartig gutes Sigma. Ah! Ich habe es gerade gemerkt. Ich habe es geschafft. Ich brauche noch Zucker für den Tee. Nicht trinken. Nicht trinken. Ah! Ah! Alter, diese Geräusche. Ah! Sorry. Gott sei Dank klippt das keine Socke hier. Alter! Ah! Ah!